Kollegen auf den Abgeordnetenbänken. Ja, ich bin dankbar, dass eigentlich ansatzweise eine Generaldebatte daraus geworden ist, sowohl im Beitrag des Herrn Bundeskanzler und jetzt eben wieder von Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger. Und ich möchte daher auch die Gelegenheit nutzen, auf das traurige, tragische Jubiläum, wenn man das so nennen darf, 1000 Tage brutaler, völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Ukraine, Putins Seiten, auf die Ukraine einzugehen. Das ist im Übrigen der Grund, warum die Abgeordneten der grünen Fraktion hier diesen Button tragen. Es wäre nicht so leicht zu verstehen vielleicht für alle Fraktionen. Ja, danke. Aber es ist natürlich die ukrainische Nationalflagge, die sich hier drauf befindet. 1000 Tage ist es genau so, wie Beate Meindler-Reisinger gesagt hat und würde noch hinzufügen. 1000 Tage, wo das Motiv mal erforscht werden muss, zunächst für die Konsequenzen, die daraus gekommen sind. Massenmord, Vergewaltigung und ja, Verschleppung von tausenden Kindern. Und noch einmal, wer das nicht erkennt, die ganz, ganz einfache Weisheit, die da dahinter steckt. Wenn Putin aufhört, ist dieser Krieg beendet. Und wenn die Ukraine aufhört, ist sie unterworfen. Das muss man doch einmal kapieren, verdammt noch einmal. Was heißt beide aufhören? Ja, das werden die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden, wie sie umgehen. Weil ein Diktatfrieden, ein aufoktorierter Friedhofsfrieden, das wird es nicht sein können. Und da ist allenfalls ein Unterschied. Und wissen Sie, und wissen Sie, es ist, es ist auch da wieder ganz einfach, die angesprochene Motivenlage noch einmal, warum Putin nicht aufhören wird, wenn ihm nicht in den Arm gefallen wird. Seine Sorge war doch, neben seinen imperialistischen Fantasien aus Verlust der Sowjetunion, ist doch, dass er, und das ist das zentrale und treibende Motiv, dass er in seiner unmittelbaren Nachbarschaft keine westlich orientierte Demokratie will, die sich damals, 2014, ja, 2014 mit den Mandanbewegungen hin zur Europäischen Union, zum europäischen Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell und vor allem zum demokratischen Modell in Freiheit entwickeln wollte. Das ist die Hauptsorge von Putin. Deshalb wird es dort bekämpft, damit er nicht vor seiner Haustür Demokratie, Selbstbestimmung und Freiheit unter Anführungszeichen ja dulden muss, weil dann würden die in Moskau auch noch draufkommen, dass es anders geht. Und das ist doch der Grund. Das ist eine lupenreine Diktatur. Und der halten Sie die Stange. Danke für die Zwischenrufe an der Stelle, weil es wäre mir jetzt ja schon angegangen. Und da können Sie sich hinstellen, wie Sie wollen. Und von dem her ist, glaube ich, noch einmal festzuhalten, ein militärisch neutraler Staat, so wie Österreich, hat nicht die irregeleitete Verpflichtung, so wie Sie das vielleicht ableiten, gar nichts zu tun. Militärisch neutral sein heißt nicht teilnahmslos jedes, jedes Verbrechen und jedes Kriegsverbrechen zu dulden. Das muss klar sein und dazu sollten wir uns auch bekennen. Ja, ich möchte mich auch noch mal anschließen an den Dank an jetzt nicht mehr Kollegen Bronner für die Zusammenarbeit und gleich den neuen Finanzminister begrüßen. Ich stehe auch nicht an, hervorzuheben, dass er nämlich nicht nur ein Experte ist, sondern ein besonders ausgewiesener Experte und das ist, glaube ich, in dieser Übergangszeit eine gute Nachricht. Und außerdem ist es ja vom Spielraum der Verfassung her gar nicht einmal so weit gegeben, wer in so einer Situation Finanzminister wird. Aber es ist ja eben eine gute Auswahl gelungen in diesem eingeschränkten Verfahren. Das mal gut. Zu den Budgetentwicklungen, weil das Debatte ist, war ja klar, war ja klar, Sie sehen, man bereitet sich in jeder Situation vor. Ich habe die Budgetrede des Finanzministers Brunner von genau einem, vor genau einem Jahr hier und ja, August Wöginger hat recht, das macht halt schon einen Unterschied, wie die Wirtschaftsprognosen sind. Der Kollege Brunner ist ja jetzt da nicht mehr auf meine, auf meine Verteidigung angewiesen. Aber so viel muss man der Korrektheit halber schon dazu sagen. Dieser Unterschied im Wirtschaftswachstumsprognosebereich von 1,8 Prozent, meiner Rechnung nach sind es im Übrigen dann aber 9 Milliarden, Differenz, das macht mehrere Milliarden fürs Budget aus. Das ist ja logisch, die Ausgaben erhöhen sich, weil mehr für Arbeitslosigkeit ausgegeben werden muss und so weiter. Aber vor allem die Einnahmen verkürzen sich, gemessen an den sonstigen Prognosen, da reicht das einmal an. Nichtsdestotrotz haben wir auch Divergenzen gehabt, haben wir auch Divergenzen gehabt in der Einschätzung. Ich habe immer gesagt, mir liegen die Daten des Professor Badelt näher, auch des Wirtschaftsforschungsinstituts, aber da geht es um kleinere Beträge, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und eine neue Regierung und wir alle hier im Haus werden eh gut zu tun haben, zu schauen, wie wir hier weiterkommen. Aber ich wende mich auch gegen dieses generelle Schlechtreden. Ja, es gibt Riesenherausforderungen und Probleme und in der Veränderung der Wirtschaftsdaten stehen wir mal nicht gut da. Auf der einen Seite muss man schon erkennen, viele Länder, die ein hohes Niveau haben in der Wirtschaftsleistung, haben halt auch andere Wachstumszahlen. Das ist ein alter Zusammenhang und wir sind in Österreich jetzt immer noch bei den drei bis fünf Besten, je nachdem in Europa, wenn es um die Wirtschaftsleistung und damit um das Durchschnittseinkommen pro Kopf geht. Das muss man schon auch mal sagen dürfen. Ich würde auch aber durchaus selbstkritisch sein oder kritisch sein, wo wir hier jetzt die Dinge angehen sollten. Und mein Zugang ist oder mein Rat für die Zukunft und unser Beitrag wird schon sein, ja, es muss gespart werden, möglicherweise schneller als der Kollege Babler glaubt. Ich sehe eher mehr Bedarf als 1,5 Milliarden. Und insofern wird es schon darum gehen, jetzt erfolgende Kunst durchzuführen. Sinnvoll sparen und trotzdem Spielräume für Investitionen lassen, teilweise öffentlich, Direktinvestitionen und vor allem Rahmenbedingungen für Private zu schaffen. Und da kann es sehr wohl sein, das ist ja eine spannende Debatte in diesen Zeiten, dass bestimmte Förderarchitekturen und Konstruktionen Sinn machen. Die Frage ist also für alle, die jetzt die Förderung ins Zentrum der Debatte richten, was soll nicht mehr gefördert werden und wo ist eine Effizienz, die muss man mal identifizieren, aber einfach so in den Raum geschmissen, ergibt das noch kein Konzept. Es wird sich nicht wundern, wenn wir vorschlagen, ich mache da jetzt lange Rede daraus, aber dass es sinnvolle Sparpotenziale natürlich gibt bei vielen Großprojekten aus dem vorigen Jahrhundert. Das wären Möglichkeiten. Möglichkeiten hätten wir auch bei den lange identifizierten umweltschädlichen Subventionen, weil die wirken ja doppelt falsch. Erstens Kosten, und zweitens wirken es in die falsche Richtung. Da meine ich nicht das Pendlerpauschale. Das soll nur sozialer gestaltet werden. Klar, im Sinne einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Aber es ist schon nicht unbedingt einzusehen, wieso weiterhin, wir haben es heute nicht weggebracht, Dienst wegen SUV-Fahrer in der Umgebung von Wien begünstigt werden sollen über dieses Instrument. Und da kommen auch schon einmal 500 Millionen Euro zusammen. Der gleiche profitiert ja noch von einem völlig falsch angesetzten Pendlerpauschale, weil da verdienen, da kriegen die mehr gutgeschrieben, die besonders viel verdienen. Und der Nachbar, der weniger verdient, das kleinere Auto hat, kriegt weniger, obwohl er genau die gleichen Kilometer fährt in die Arbeit. Also da gäbe es schon Möglichkeiten. Ich gehe aber generell auf die Frage der Förderung und des Föderalismus noch mal ein, weil das wird sicher eine Debatte werden. Wir identifizieren viele Förderungen, die insofern nicht zu hinterfragen sind, als man noch nicht einmal weiß, ob sie doppelt und dreifach existieren. Ich weiß, wovon ich rede, weil selbst im kleinen Bereich des Sports haben wir das gehabt. Wir haben das alles, wo wir konnten, ganz schnell transparent gekriegt. Ich weiß aber, dass es im Wirtschaftsbereich noch so ist. Wenn das Wirtschaftsministerium nicht genau weiß, was die Bundesländer oder auch große Kommunen schon fördern, dann ist das mal nicht gut. Ich rede ja noch nicht einmal gegen Doppelförderungen. Es kann ja auch sinnvoll sein, dass man im einen oder anderen Bundesland noch unterschiedliche Schwerpunkte draufsetzt. Das kann ja irgendwann einmal einen Sinn gehabt haben. Aber dass die eine Hand nicht weiß, oder das eine hier nicht weiß, mit welcher Hand das andere was ausgibt, da kann man immer noch mehr tun. Das Ärgerliche dabei ist, dass wir das eigentlich schon seit zehn Jahren diskutieren. Und sehen Sie, da sind wir bei der Frage des Föderalismus. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ich freue mich, dass die Neos da so ein Esprit, im wahrsten Sinne des Wortes, versprühen. Ich hoffe nur, dass da jetzt mal auch was vorwärts geht. Und ich weiß, wie schwer das ist für die jeweilige Bundesregierung. Ich kann mich ja gut erinnern, wie das bei Feiermann-Bröll noch ein Konzept war. Wir haben datendrängig, weil wir also zwei Drittel Materie mitwirken wollen, aber so schnell aus können, dass die Ambitionen verflogen sind, weil natürlich Widerstand kommt. Also wäre doch ein vernünftiger Vorschlag, man setzt sich ehrlich einmal mit den Ländern zusammen, jetzt im Guten gemeint, und schaut, wo kann man Kompetenzen wirklich verstärkt bei den Ländern lassen und wo dafür umgekehrt mehr beim Bund. Wir haben in allen großen Bereichen, Kinderbetreuung, Elementar bis in die Schulen hinein, in der Gesundheit, in der Pflege auch noch, immer serielle undurchdringliche Mischkompetenzen. Der Gesundheitsminister weiß, wovon wir da reden. In Österreich machen alle Gesundheitspolitik. Die Krankenkassen, die Ärztekammer, die Bundesländer in Dreifachfunktion, Krankenkassenerhalter, gleichzeitig Mitgesetzgeber und so weiter und so fort. Das machen alle Gesundheitspolitik. Nur die Gesundheitsministerinnen und Minister haben kaum Kompetenzen. Das ist doch ein unheilbarer Zustand. Und da könnte man schon was tun. Wir werden uns da einbringen. Gerne auch. Ich habe es ja schon an anderer Stelle gesagt, weil wenn jetzt wirklich der Reformeifer ausbricht, dann werden wir schnell draufkommen, alle miteinander, dass wir da in aller Regel, und gerade in Österreich, zwei Drittel Materien tangieren. Und insofern sage ich ehrlich und aufrichtig, unsere Hand ist ausgestreckt. Und ja, und jetzt habe ich damit angefangen, auch wir sehen, dass gespart werden muss, dort wo man es sinnvoll angehen kann. Und das ist ein Projekt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Wahrheit. Und da kann man schon mit Sicherheit mehr machen. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass man es so machen muss, dass die, wie gesprochen, die Investitionsspielräume eingeschränkt werden sollen. Da werden wir schon weiter was brauchen. Und sehen Sie, da kann es jetzt schon sein, dass man mal draufkommt, dass Förderungen da oder dort sinnvoll sein können. Weil wie wollen denn unsere Industriebetriebe oder Gewerbebetriebe die Sache hinbekommen, wenn das nicht entsprechend angestoßen wird. Und da glaube ich, da glaube ich, muss man eben einen Unterschied ziehen. Wir sehen ja, dass in den modernsten Technologien Österreich viele, viele Weltmarktführer hat, dass die Föst noch die Chance hat, vorn dabei zu sein. Aber das wird nicht ohne entsprechende Rahmenbedingungen gehen. Und das hat ja die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt. Im Ökotechnologiebereich ist Österreich mit einigen anderen Volkswirtschaften in Europa ganz, ganz weit vorne. Und das sollte man nutzen. Dort, wo wir die Chancen haben, die Chancen weiter nutzen. Das betrifft insbesondere die angesprochene Steiermark. Also diese riesigen Chancen nutzen und da investieren. Das wird wohl bleiben müssen. Und wenn wir so an die Sache herangehen, dann glaube ich, kann man auch wieder zu Recht, weil das auch in Abrede gestellt wurde, zu Recht wieder zuversichtlich sein. Unsere Hand ist, wie gesagt, jedenfalls ausgestreckt. Dankeschön.